Yo Leute, was geht und willkommen zu einem Video. Heute habe ich drei Easter Eggs für euch, die in GTA zu finden sind. Beginnen wir mit dem ersten Easter Egg. Ihr begebt euch zu dieser Location, die ich euch gerade einblende. Und dann seht ihr schon, eine Pflanze bzw. irgendwas komisches ist da. Das sieht für mich aus, entweder wie eine Unterwasserpflanze oder wirklich etwas Außerirdisches. Es passt überhaupt nicht in die Umgebung rein und das ist mir wirklich noch nie zuvor aufgefallen. Übrigens, diese Pflanze ist im Story Mode sichtbar, im Online Modus ist sie glaube ich nicht sichtbar. Also da habe ich noch nie nachgeguckt, aber ich denke, die ist da nicht sichtbar. Auf jeden Fall, wenn wir uns die Pflanze genauer anschauen, sehen wir so ein paar blaue Röhrchen. So runde, stachelige, pinken Sachen und sieht auf jeden Fall richtig komisch aus. Aber ich kann damit nichts anfangen, also ich finde keinen Zusammenhang damit. Ich denke, es ist was Außerirdisches, das hat was mit den Aliens zu tun. Aber ich habe wirklich keinen Plan, was es ist. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns dann beim zweiten Easter Egg. So, das zweite Easter Egg ist ein Lichtspiel und das sieht wirklich von Konsole zu PC anders aus. Das heißt, wenn ihr dieses Easter Egg mal am PC ausprobiert bzw. anschauen geht, dann sieht es ganz anders aus als bei mir. Ich habe es jetzt auf der PS4 aufgenommen. Es sind einfach so Pünktchen, die an dieser Garagenwand aufleuchten. Hier übrigens nochmal kurz die Location. Und das sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht. Ich kann aber wirklich nichts erkennen. Ich zeige euch schon mal eine Nahaufnahme. Da erkennt man auch nicht viel. Von Weitem sieht die Silhouette ein bisschen aus wie das Kappa-Gesicht. Aber ich denke mal nicht, dass das Kappa-Gesicht irgendwas mit einem Easter Egg zu tun hat. Auf jeden Fall ist das Easter Egg nur nachmittags sichtbar. Denn am Mittag ist es nicht sichtbar und am Abend bzw. Sonnenuntergang ist es auch nicht sichtbar. Das heißt, ihr müsst einfach gegen Nachmittag mal dahin gehen und euch das anschauen. Und später sieht es wirklich aus wie Laserschüsse und so weiter. Ist wirklich empfehlenswert. Ihr müsst es einfach mal selber erleben. Und kommen wir zum dritten Easter Egg. Das dritte Easter Egg ist... Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Affenkopf. Und zwar kennt ihr alle diese Alien-Location, wo auch dieses Beam-Me-Up ist. Was ist da noch? Eben diese ganzen Alien-Zeichnungen und so weiter. Und wenn wir das jetzt mal von der Luft uns ansehen... Ich zeige euch jetzt mal die andere Perspektive. Wenn wir es nämlich von hier aus ansehen, das sieht das Ganze erstmal ein bisschen komisch aus. Aber schneiden wir jetzt das Bild an einer Stelle durch und splitten das Ganze. Und tun das Spiegeln. Dann sieht es aus wie ein Affengesicht, finde ich jetzt. Ich finde wirklich, es sieht aus wie ein Affengesicht. Und der Mund ist auch perfekt. Es schließt sich auch. Da ist der Pfeil nicht mehr. Die Weltkugeln sind die Augen. Dann haben wir auch noch Ohren und eine Krone oder irgendeine Kopfbedeckung halt. Und ja, das sehe ich da. Was ihr noch seht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Irgendwann, wenn euch interessiert, von wo ich diese Sachen überhaupt weiß, ich habe alle Quellen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja Leute, mich würde es auf jeden Fall interessiert, welche Easter Eggs ihr am spannendsten fandet und ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, haut euch und ciao. Bis dahin, haut euch und ciao.